Ok, überall schwenken die Teile mit den Containern herum, aber es stehen keine Boote darunter. Sieht halt dann ein bisschen komisch aus. Hier ist ein Frachtcontainer. Hier sieht es wenigstens realistisch aus, auch wenn das Boot nicht wirklich stimmt, der eigentlich über dein Mannschaftsdeck hier herum lädt. Oh, wo gucken die? Hier. Ja? Bin dabei. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Doch. Ja? Zu Befehl. Ja. So, ja. Wir müssen irgendwie erst kaufen jetzt das Boot. Das Feuerwehr. Das Feuerwehr. Das Feuerwehr. Das Feuerwehr. Das Feuerwehr. Das Feuerwehr. Dann ist ein Gebäude zusammengebrochen. Alle Personen, die sich im Gebäude befunden haben, sind von Trümmern verschüttet worden. Und dann retten Sie alle Opfer. Wenn nötig, löschen Sie alle Brände. So, irgendwie sprengt heute meine Maus wieder. So, hier ist ein Brand. Und hier sind die Opfer. Ja. Zwei. Drei. Vier. Okay, wir schnappen uns zuerst mal einen Löschwagen. Wird gemacht. Und dann schnappen wir uns einen Rüstwagen. Bin dabei. So, dann brauchen wir noch zwei Notärzte. Verstanden. Das werden wir brauchen. Verstanden. 11.000 kostet uns das Boot. Also 16.500 brauchen wir insgesamt. Wir müssen die Opfer, die von Trümmern des zusammengebrochenen Gebäudes verschüttet wurden, mit Hilfe des Bergefahrzeugs befreien und abtransportieren. Ich hole mal lieber das Bergefahrzeug. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich das brauche oder nicht. Sofort. Aber ich lasse es antreten lieber. Ist es mir etwas lieber. Weil vorhin bei einem großen Entsatz hat es mich auch nicht geklappt mit der Feuerwehr nun. Komm, lass uns mal spen. Das nix. Dich mach ich dir. Fällt es mir? Das ist mir? Ach. Der Tod hat das schon mal her geschafft. Ja? Jawohl. Aber mehr nicht. Wo steckt denn der Rest? Verstopfung oder was? Ach, die Feuerwehr blockiert hier. Ja. Zu Befehl. Was geht's? Kein Problem. Sofort. Ich schlappe euch mal jeder davon. Du fährst hier hin. Du kommst hier hin. Wir müssen uns so schnell wie möglich um alle Opfer des eingestürzten Gebäudes kümmern. Erwarte Befehle. Sie könnten sonst sterben. Höre. Jawohl. Bin bereit. Sofort. Verstand. Ja, okay. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn an. Sofort. Hören. Bin dabei. Was geht's? So. 12. Ist in Arbeit. Du dozt. Alles klar. Ja. Sind alle drin? Kein Problem. Ja, das sind alle gelöscht. Verstanden. Erwarte Befehle. Sofort. Ach. Achso, oder ich schon dann nur das Worte, okay. Bin bereit. Kein Problem. Erwarte Befehle. Es wird erledigt. Höre. Ist in Arbeit. Verdammt, ist weitergewandert. Toll. Wo ist hier die Polizei? Irgendwo ist die Polizei? Ach, das ist wieder das mit der beschissenen Brücke hier. Hier nicht. Irgendwo? Nein. Nö. Toll. Nö. Also hier oben. Hier sind wir. Hier war irgendwo die erste, genau. Oder war das die erste? Was geht's? Alles klar. Toll, wo ist denn der erst abgehauen? Ich hab gar nicht gesehen, wo der Heim ist. Wie steckt er? Ja. Also ganz wohl anders. Zu Befehlen. Ja? Sofort. Höre. Ja, das ist ja einfach so beschissen mit dem Ball mit der Zeit zum Steuern. Was ist hier los? Er dreht sich hier noch. Erwarte Befehle. Höre. Man kann sich ja die Zeit auch nicht kurz sch... Irgendwie kurz einstellen. Verstanden. Also mit Kurztasten... Okay. Zu Befehl. Undämliche Wagen. Erwarte Befehle. Verstanden. Wird gemacht. Höre. Zu Befehl. Bin dabei. Erwarte Befehle. In Ordnung. So. Bin bereit. Wird gemacht. Höre. Wird erledigt. Hier nächster. Höre. Hallo? Ist doch schon fertig. Siehst du bloß? Ja. Der Streifenwagen bringt den Gefangenen zu den Arrestzellen der Basis. Zu Befehl. Entschuldigung, kann der nicht. Du, das ist alles verpackt. Jetzt konnte ich ihn kurz. Komm schon, blink auf. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ach komm schon, was ist das für ein Schwachsinn jetzt? Ich kann den nicht retten. Ja? Bin bereit. Ich hole hier mal einen Einsatzwagen. Hm, ich nehme den Arrestwagen. Bin dabei. Was geht's? Erwarte Befehle. Sofort. Toll. Ich kann den einfach nicht treten. Bin bereit. Das ist echt etwas... Ach so, hast du vielleicht schon alles verbraucht? Nee. 10%. Bin bereit. Er kann ihn nämlich auch nicht anglitten. Erwarte Befehle. Gibt's für nichts irgendwo eine Kurztaste? Höre. Oh. Kein Problem. Nehmen den mal. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. So soft. Erwarte Be pc... So fort. Der Rettungs Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Bin dabei. Erwarte Befehle. So, du kannst auch noch rausgefahren. Du kannst dich hier hinstellen. So, dann brauche ich hier noch einen. Höre! Was geht's? Ist in Arbeit! Ach so, du bist da da umhör. Erwarte Befehle! Hm, dass sie auf den Hügel laufen... Ach ja, den dritten hat der nicht erwischt. Gut. Erwarte Befehle! Bin dabei! So... Bin bereit! Bin bereit! Bin bereit! Ist in Arbeit! Bin bereit! In Ordnung! In Ordnung! Ja?